Ja, liebe Leute, schaut euch meine Augenringe an. Die letzten Tage haben uns ganz schön zu schaffen gemacht. Erst haben wir unser geliebtes Auto verloren, dann haben wir ein neues Auto gekauft, mit dem wir inzwischen schon zweimal liegen geblieben sind, mussten vier Tage in dreckigen Hotels mit dreckigen Innern schlafen. Und die Versicherung konnte zwar von dem alten Auto auf das neue übertragen werden, aber leider erkannte der Staat Michigan die Versicherung von Florida nicht an, sodass wir das Auto nochmal für 400 Dollar versichern mussten. Nur um hierher zu kommen. Und jetzt guckt euch das an. Ja, das sind die Niagara-Fälle. Eigentlich ziemlich langweilig, denn es sind die auf der amerikanischen Seite, aber Gott sei Dank haben wir noch einen Blick nach rechts zur kanadischen Seite. Ja, das ist die Frage. Bis zum nächsten Mal.